Oder was? Ja, jetzt mal, jetzt willkommen zu der neuen Father Rainbow Six Siege Drück F6, wenn man den Erb abhört. Hey, so willkommen. Heute haben wir einen Gast dabei, den Lucky Gamer. Den Lucky Lucky Luke. Nein, er spielt auch mal so, wir haben einfach, sagen wir mal, irgendwelchen Typen von Ventoso. Und ja, der eben halt auch mal, der eben auch gerne mal mitspielen wollte. Und das Spiel eben halt aussetzen wollte, weil freies Wochenende ist. Und kannst du ja mal so erzählen, was eben dein Highlight war bis jetzt? Oder wie gefällt dir allgemein dein Spiel? Wie gefällt dir das Spiel eigentlich? Überhaupt. Einsatz in fünf Sekunden. Jute, den haben wir. Entschärfer ist jetzt gesichert. Bombe gefunden, gelangst zu ihrer Position. Nein, warum kriegt Major den Entschärfer? Er will wieder pumpte, Geiern. Ähm. Ich hab das jetzt irgendwie vor einer Stunde erst angefallen. Ja, aber trotzdem. Ja, aber sein Highlight... Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Nein! Der Entschärfer wurde erneut gesichert. Sein Highlight war bis jetzt ein... mit Blitz... Mit Blitz sich selber zu killen. Nein! Erzie! El, 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 el. Ey, ich überbehältst du schon! Sieh mal einer an, bald ist alles. Einfach nur dumm. Komm mal drin. Dein Ernst nicht. Dein Ernst nicht. Ist ich immer da hier? Pass auf, Ella ist gut, ne? Pass auf, Ella ist gut, ne? mal sehen was da im dunklen ich habe einmal angeschossen warte komm her, komm her, pass auf komm her, bleib stehen ich seh nichts ich auch nichts er labert grad über dich wer denn wir wollen nicht alle raus ja, geh mal weg lass dich machen ich hab ihn sowieso nicht wegen mir oder hier das ist ja echo drohne alter, geh doch mal nach oben echo ist tot ich weiß nicht, wie ich dir damit helfen kann ich hab hier ich hab hier brook entcharfer ist online und aktiviert oh, halt doch dich was macht dieser typ shut the fuck up boah, fuck off oh, falscher typ alter sorry, falscher typ ich wollte die da über die aktiviert mission fehlgeschlagen ey, das bin ich was denn das ist der hast den namen gerade nicht gesehen dennis stand da oh mein god so, wie kann man wie kann man aussuchen was jemand rausschmeißt du musst ja nein, zuerst musst du Tab drücken Tab drauf, dann rausdruck abschmeiß ja f5 ja, der tötet dich ja, der tötet dich die Bomben schützen ja ja keiner hallo an alle juden warum guckst du mich so an, alter we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas Tag der offenen Fenster Achtung die Gegner haben eine Bombe befunden Fenster ah er mag upright move guck mal, Mentor, so ist das nicht schön warte, wo bist du, wo bist du, wo bist du warte mal nur noch 5 sek ja, warte mal, warte warte mal, warte warte frische Belüftung der Stacheldraht ist verlegt klar ich warte, wer shotgun wo kannst du das hier aufmachen von unten der Stacheldraht ist bereit Kameraübertragung live danke bitte ich bin auf dem Dach ich weiß nicht, mit Valkyrie kann ich echt gut ich hatte eh du hast Doc heil dich wow du hast mich angeschossen hör auf er hilft mir helft mir doch ja egal ich hatte eh doch wenig Schuss ja ich weiß 3 auf dem Dach ganz oben über euch ja ich weiß über euch sind 3 Stück ich gemme den jetzt man Ash soll ich von hinten kommen genau über dir genau über dir hab ihn ja anstatt immer noch 3 auf dem Dach kannst du nochmal markieren spiel doch CSGO gleich ich hab einen angeschossen ich hab einen angeschossen ich bin dank dafür ok im Haus das war Jackie glaube ich den ich angeschossen hab ja soll ich von unten töten ey ja das macht noch das macht noch und das beide wow das sind beide ja und mein Aim alter ich hatte keine Muni mehr gut dann kann ich ja von hinten kommen Motoren ja ein was sag ich mit verkürmer ist es easy entscheidend kaum Rückstoß mage ist noch mal wen ich nehmen soll mage ist noch mal wen ich nehmen soll ich weiß es nicht ich nehm Kapital nimm mal ein Schild nein 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 nimm mal Jekyll nimm mal Jekyll dann kannst du ja mit mir kommen und dann doppelte Taktik ich nehm immer Schilddämpfer Sprengladung oder ich brauch mal ne Tarnung also die würde ich anraten keine Sprengladung weil das Schild soll ja nicht alleine gehen das Schild soll eigentlich eher immer safen und keine Wände aufmachen deswegen immer Granaten ich würde auch als Jekyll eher keine Granaten nehmen sondern äh doch Granaten und keine keine Kavera ja keine Sprengladung ja keine Sprengladung ja Kavera ich guck mal zu 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 du bist gemütet ich guck mal zu ich guck mal zu ich guck mal zu ich guck mal zu mit euch beiden zusammen ja das war im Mute ja ich weiß ich hab eigentlich geguckt aber nacher Stimmt Mert eine Opfer Lakchi komm Ich platz hier ne Claymore. Lass von unten rein. Ich fang beim Lucky. Geht das? Ah, einer links, Mute. Magazin wird geladen! Ja mach ich doch. Hilfe, bitte, bitte, bitte hilf mir. Ich stecke los, danke dafür. Ja, du warst in... Keine Nachfrage. Ich arbeite nicht länger in deinem Besitz. Ich hab den Diffuser. Zieh schon, ne? Mute? Oh, Cavalier, ich bin down. Tschüss. Ja, weil die da die ganze Zeit gegammelt hat. Hat sie gut gemacht. Schnell raus. Hat sie aber gut gemacht. Sie hat sich kaum bewe... Sie hat keinen... Shut up, motherfucker. Shut up! Shut up! Ich hör keine Stimme. Come on, kick! Er sagt, come on, kick! Einer von euch! Hat F6 gedrückt. Ich hab meinen Freund geedit, ne? Ja. Ich hab... Ich wollte irgendwas sagen, dass wir... Immer, wenn ich irgendwas sage... Klatschig, ich weiß nicht warum. Der Lucky Gamer. Der Lucky Gamer. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Lucky Gamer. Lucky, Lucky, Lucky Gamer. Bist du Lucky Gamer? Bist du Lucky Gamer? Major. Ey, wie soll ich das jetzt nennen? Sailor-Burger. Ja, Major, ich weiß. Kannst mich auch Baba nennen. Oder, oder... Major eben halt Bürgermeister. Ich mach' das! Ich mach' das! Ey, ich soll... Jaaa! Hallo! Jaaa! Doc? Doch! Du bist nicht Doc. Valkyrie. Valkyrie. Es bleiben 10 Sekunden. Auf Englisch sagt man... Really? Warum? Was macht ihr denn? Jaaa! Ist halt so B. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Mach' doch gar nicht rein. In der nächsten Runde wird sich gehören. Do it! Don't... Sorry! Wapp, Alter, verpiss dich. Du stirbst doch... Du stirbst doch eh nicht! Du stirbst doch eh nicht! Guck mal, geil! Why you barricade all doors? Yes, you're a noob. Sorry, I'm a starter! Sorry, I'm a starter! I'm a starter! I'm a starter! I'm a starter! Sorry, ticket! Noi, echt lieb da! Hör doch auf! Hör doch auf! Hör doch auf zu sch... Reit jemand in meine Fresse! Nein, der hat mich nicht schlecht! 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 Hör doch! Hör doch! Hör doch! Hör doch! Hör doch! Hör doch! Wir werden uns jetzt nächste Runde killen! Wenn du uns... Wenn du uns gar nicht killen kannst, weil wir... Waren wir keine Runde... Hör doch! Ja, oh mein Gott, du bist so dumm, ne? Ja, Level 117 Süß Danke Vintose macht ab Kein Bock auf diese Leute, Alter Vintose macht ab Okay, warte Das war's mit dieser Folge Ramos X Siege mit mir Nein, bitte nenn mich nicht so, weil ich auch nicht da Okay, dann Major Nein, ihr müsst abonnieren, sonst liegt der da raus Ich sperre die ganzen Videos für euch immer Und aktiviert bitte die Und guckt meine Pornos auf YouPorn Ciao 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 Ciao